Ich habe den FC Bayern in jeder FIFA 23 Liga eine Saison spielen lassen und das ist passiert. Wie ihr seht, gibt es 25 Ligen in FIFA 23, zumindest wenn man aus jedem Land nur die ersten Ligen zählt. Und ich möchte heute den FC Bayern in jede dieser Liga packen. Das Ganze soll auch ein neues Format werden, deswegen gibt es auch eine wunderschöne Tierlist, in der der FC Bayern jetzt obviously Platz 1 ist. Aber von Folge zu Folge werden hier andere Vereine dazukommen. Schreibt gerne in die Kommentare, mit welchem Verein ich das noch machen soll. Aber heute schauen wir erstmal in den Ligen von 25 Ligen, der FC Bayern den Meistertitel rühren kann. Und damit das Ganze ein bisschen spannender wird, habe ich mir überlegt, dass für jede Liga, bis auf die Top 5 Ligen, in denen der FC Bayern nicht Meister wird, ich 10 Euro für euch verlose. Das heißt, ihr könnt maximal 200 Euro unter diesem Video gewinnen. Deswegen schaut bis zum Ende und ich würde an eurer Stelle auch was kommentieren, weil sonst könnt ihr nicht gewinnen. Okay, schauen wir aber mal, in welchem Land wir heute beginnen werden. Italien. Okay, das heißt, der FC Bayern muss als erstes in Italien ran. Und wir schauen mal, auf dem wievielten Platz sie sich befinden werden. Okay, erste Saison und nicht der erste Titel. Platz 3 bloß in Italien. Juventus und Bergama Calcio sind besser. Das ist schon mal die erste Enttäuschung. Und hier seht ihr auch mal die Übersicht von den 25 Ligen. Und das ist das erste X, was wir machen müssen. Aber keine 10 Euro ist ja eine Top 5 Liga. Hingegen zur nächsten Liga, die ist, oh, auch eine Top 5 Liga. Und es war mal alles andere als spannend. Der FC Bayern wird wieder bloß 5 da. Was ist los mit euch? Ich dachte, ihr seid eine klasse Mannschaft. 16 Punkte Abstand zu Real Madrid. Das ist ein Brenn. Und da es in den Top 5 Ligen nicht so reicht, wird es Zeit, mal die Drecksliegen abzuarbeiten. Okay, und alles andere hätte mich auch überrascht. Bayern wird in Indien klar erster. Bloß das Problem ist, es gibt noch Halb- und Finale. Im Halbfinale verliert Bayern durch die Auswärts-Tor-Regel? Und damit haben sie auch das Finale nicht gewonnen und sind gescheitert. Und das sind die ersten 10 Euro, die auf euer Konto kommen. Aber in China muss es doch jetzt mit dem ersten Titel wenigstens klappen. Na endlich, wurde aber auch mal Zeit für den ersten Titel. Und ganz ehrlich, hätte man in China nicht gewonnen. In Australien wird man natürlich auch ganz easy erster. Aber hier gibt es wieder so mehrere Runden, deswegen müssen wir da auch noch reinschauen. Und im Halbfinale gewinnt man souverän, doch im Finale verliert man. Oh mein Gott, Alter. Das heißt, plus 10 Euro auf euer Konto. Dafür gewinnen Bayern in Irland ganz klar die Liga. Das war auch eine Pflichtaufgabe. In Australien wird es auch ein ganz klares Ding, obwohl da gibt es auch wieder zwei Phasen. Aber auch in Phase 2 wird es ein ganz klares Ding. Warte mal, was für Australien? Das war doch gerade eben, oder? Das war gerade Korea. Und in Rumänien wird es auch wieder dieser lockere Sieg. Und die letzte Schottliga ist nun auch überstanden. Und Bayern wird tatsächlich Erster vor Cristiano Ronaldo. Mhh. Und hier sieht man auch mal die Qualität des deutschen Fußballs. Was für Al Nasser, was für Al Nidjan, was für Al Ninal. Alles schlechter als Bayern. Von wegen Konkurrenz zu Europa. Okay, es ist wieder Zeit für das Glücksrad. Mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Und es ist Österreich. Österreich ist natürlich nochmal ein Stück spannender als die anderen Ligen. Gerade mit Salzburger als Gegner könnte es ein enger Kampf um die Meisterschaft werden. Ja gut, ich habe gar nichts gesagt. Das Ding war alles andere als knapp. Und was auch mal erwähnenswert ist, Thomas Müller tut nochmal richtig rasieren in seinen alten Jahren. 25 Tore. Was für eine Maschine. Aber ist ja auch klar, ich meine Österreich ist ja quasi Thomas Müllers zweites Zuhause. Deswegen wird es mal Zeit für ein etwas spezielleres Auslandsjahr. Und das Ganze in den USA. Und das war sicherlich alles andere als einfach. Ich meine, die USA hat auch... Oh Gott, es ist der nächste Schlopp. Ich wollte gerade sagen, die USA hat auch nicht so schlechte Vereine. Aber wir waren im Finale und haben das Finale verloren. Obwohl wir so souverän unsere Gruppe gewonnen haben. 22 Punkte Vorsprung. Und trotzdem gewinnen wir nicht die Liga. Aber gerade das ist irgendwie auch spannend an den USA. Ich meine, in Deutschland hast du gewonnen, wenn du gewonnen hast. Du hast kein Final zu dir mehr. Und da wir das auch gewöhnt sind, ist es natürlich erstmal Zeit für die eigene Liga. Die Bundesliga gehört natürlich genauso wie alle anderen Ligen auch dazu. Und genau hier werden wir jetzt auch mal eine Saison simulieren. Aber mal ganz ehrlich, Hea BVB. Und sowas von Hea BVB. Ist natürlich Kacke fürs Experiment. Aber Dortmund gewinnt mit 10 Punkten Vorsprung diese Liga. Hätte es mal im echten Leben auch so ausgesehen. Boah, jetzt würde mich aber mal interessieren, wer hier überhaupt Top-Torschütze geworden ist. André Silva. Und was zum Fick macht Ben Yedder bei Bayern? Okay, das war sehr nöchtern. Es wird Zeit für eine schwächere Liga. Und diese Liga ist Schweden. Nee, Schottland. Nehmt man mit, sollte eigentlich ein Easy Win werden. Bruder, und was für Easy Win? Das ist ein bretter Platz in Schottland? Plus 10 auf euer Konto. In Argentinien angekommen, verstehe ich gerade erstmal gar nicht das System. Hier gibt es einfach 28 Mannschaften. Und die spielen alle einmal gegeneinander, glaube ich. Auf jeden Fall ist Bayern die Beste dieser 28 Mannschaften. Denn sie haben einfach einen Punkt vor River Plate und gewinnen damit die Liga. Und auch in Dänemark gewinnen wir ganz, ganz easy die Liga. Gleiches gilt auch für Norwegen. Aber auch mal ganz klar. Wir schießen einfach 80 Tore. Und trotzdem ist unser bester Torschütze bloß Schuppe-Moting mit 14 Toren. Also hier passieren komische Dinge, Freunde. Verrückte Dinge sind aber zum Glück nicht in Polen passiert. Hier werden wir auch ganz klar. Erster. 14 Punkte, Bruder. Okay, und jetzt haben wir einen massiven Lauf. Auch in Schweden können wir ganz, ganz easy die Liga gewinnen. Und es geht sowas von weiter. 90 Tore, 91 Punkte in der Schweiz. Trotzdem wird Mario Balotelli einfach Torschützenkönig mit 22 Toren. Was mache ich falsch? Alhamdulillah, Alaykum, Alaykum Salam. Die Serie wird nicht aufhören. Sogar in der Türkei können wir ganz easy gewinnen. Gut, 6 Punkte Vorsprung ist nochmal ein bisschen weniger easy als in den anderen. Aber auch unsere türkischen Brüder haben keine Chance gegen uns. Und das heißt, wir haben jetzt alle übrigen Ligen, die etwas schlechter sind, überstanden. Und diese 5 Ligen haben wir jetzt noch übrig. Portugal, Belgien, England, Frankreich und die Niederlande. Und eine davon müssen wir als nächstes überstehen und es wird Belgien. Ich sage ganz ehrlich, Belgien hat auf jeden Fall Potenzial, diese Serie zu reißen. Und nix mehr. Bayern gewinnt schon wieder souverän die Liga. Nicht mal Belgien kann uns einen Strich durch die Rechnung machen. Dafür kann es aber vielleicht die Niederlande. Wobei ich langsam irgendwie aber auch nicht mehr richtig daran glaube. Obwohl mit Ajax, Eindhoven und Fayer-Nords da echt ein paar gute Vereine dabei sind. Und genau so ist es auch. Ajax knallt uns endlich mal ein bisschen weg und wird Meister. Und wir werden nun Zweiter. Warum freue ich mich überhaupt? Plus 10 Euro für euch. Und es geht absolut nicht weniger harmlos mit England. Und diesmal muss ich tatsächlich das erste Mal sagen, ein erster Platz wäre tatsächlich eine Überraschung. Und wenn sie das schaffen würden, hätten sie echt meinen Respekt verdient. Aber wir schauen mal, wo sie sind und sie aufplatten. Hier. Und Manchester City vergewaltigt man wieder die gesamte Liga. Geisteskrank. Man muss aber auch ehrlich sagen, unter die Top-Tour-Schützen konnte es man auch nicht mal ansatzweise schaffen. Ich meine, Platz 13 und 15 für Knabry und Müller ist ja auch mal gar nichts. Und Erling Haaland rasiert mal wieder. Anders sieht es natürlich in der Liga aus. Hier muss man eigentlich nur am Paris Saint-Germain vorbeikommen und sollte die Liga gewinnen können. Aber natürlich schafft man das auch. Drei Punkte. Absolut knapp. Aber ich glaube, du sagst in der Realität für PSG auch aus. Und hier kriegt man mal wieder einen Haken in der Liste. So, und die letzte Chance für Bayern und auch für euch 10 Euro zu gewinnen. Wir sind angekommen in Portugal. Boah, und hier bin ich mal gespannt, weil das ist wieder so eine Liga. Hier kann alles passieren. Du kannst hier Erster werden, aber auch locker Vierter. Das ist passiert, als ich dachte. Bayern wird Zweiter. Und damit die nächsten 10 Euro für euch. Und der nächste Minuspunkt für Bayern. In der letzten Runde also noch mal eine Niederlage. Das ist echt scheiße. Und sollte ich mich nicht verrechnet haben, hat Bayern 16 von 25 Ligen gewonnen. Das heißt, in der Tierlist treten sie sich statt jetzt hier erstmal ein. Sind natürlich irgendwie damit auch Erster, aber hier ist halt auch kein anderer. Und für euch heißt das Ganze, ihr habt 60 Euro gewonnen, die ihr in den Kommentaren gewinnen könnt. Und Abonnent sein. Und ich werde euch dann kontaktieren, falls ihr die 60 Euro gewonnen haben solltet. Kuss geht raus. Danke für den Support. Ich hoffe, ihr habt dem Video auch einen Daumen nach oben gegeben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Vielleicht beim nächsten Experiment. Und vielleicht ist dann mein Verein besser als der FC Bayern. Ich meine, 16 von 25 ist echt wack. Ich meine, 16 von 25 ist echt.